So, jetzt gestattet, zweiter Letztro, 800 Meter Männer mit Kämpfe. Manfred schon sagt, die Fußball, NGH, haben uns entwickelt. Dies ist die westlichen Halbmeister. Dann lehrt sich TV Wattenscheid, letztes Jahr bracht sie, westdeutscher Halbmeister, Boris Helzberg. TV Wattenscheid dabei, Fabian Spinhardt, der da vorbei war den Gormann. Vorenes Jahr gab es jetzt Super bei der Westdeutschen Halbmeisterschaften. Dieses Jahr, TV Wattenscheid geworden. Die Damen und Herren, die Damen und Herren, die ist gewendet. Und Marvin Liebenloch, Entendlosten, Fluchter der Deutschen Halbmeisterschaften, letztes Jahr mit dem 20. So, jetzt 57.59 Uhr Zeit, Siegerzeit aus dem ersten Lauf. Und jetzt Marvin Eendroth und der Aufstehen für das TV Watt. Der Eendroth, Fabian Spinhardt. Und jetzt Marvin Eendroth, Fabian Spinhardt. Der Interländer, der Wir gehen los! Yes! Wir gehen aus Kanzhalten 154.15 auf seine Seite.